... auch immer. Jawoll, mit dem ersten schon eine 6, ey, ich kann wieder eine 12 schaffen. Aber diesmal, nee, das wäre zu viel Glück. Okay, eine 10, ist auch okay. Komm schon, ich muss wenigstens gut würfeln, immer. Die Minispiele gewinne ich eh nie. Okay, welcher Platz bin ich? Okay, ich bin Zweiter. Okay. Du bist auf dem selben Feld wie ich. Oh! Ach, hallo? Hast du schon wieder eine 6 gehabt? Nee, eine 5. Achso, okay. Davor hatte ich eine 6. Achso, ja, stimmt. Das erste Feld zählt ja schon als 1. TNT-Run. Diesmal will ich hier ein bisschen besser abschneiden als das letzte Mal. Oh, Junge. Das war richtig grauenhaft. Das ist immer richtig Bock, Mann. Ja, schon. Aber bei mir sind schon direkt richtig viele. Das meinte ich gar nicht. Ich habe schon immer so einen Plan, wie man läuft, ey. Okay, nein, so klappt das diesmal nicht. Wieder mich wahr! Okay, ich glaube, ich habe jemanden rausgehauen. Warst du eine Peach? Nein, ich war eine Peachy. Gut, dann habe ich nicht dich rausgehauen. Das war richtig bitter. Ich laufe so auf einen zu und dann, ja. Ja, oh. Und mehr springen. Oh Gott, meiner hat gerade aufgehört zu sprinten. Das war richtig eng. Okay, einen eleganten Turn hier eingelegt. Ah, ich sehe dich, okay. Oh, oh, oh. Das wird ein bisschen eng hier, glaube ich. Oh, hier ist der Pogelperspektiv. Okay, ich bin schon mal unter den Top 3. Ich sehe. Die anderen sind aber auch ganz schön gut dabei, muss ich sagen. Jawohl. Oh, shit. Nächstes gewonnen. Jetzt, ja, jetzt räumt er ein bisschen auf. Ja, ich habe direkt verkackt. Das war richtig scheiße. Okay. Okay, okay. Jetzt wieder eine hohe Zeit. Jetzt wird es wieder eine niedrige. Eine Eins oder eine Zwei? Eine Vier. Eine Vier. Ah. Sorry, ne, aber ich kann auch eine Vier bis Sechs jetzt würfeln. Eine Sechs. Egal. 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 Wahrscheinlich lande ich auf dem Bowser-Feld und werde vier hintergeschickt. Dann sind wir auch gleich. Das wäre doch was Tolles. Ne, ich müsste sechs hintergeschickt werden. Ups. Ein Vierter wieder, okay. Das muss ich halten. Was ist da? Ja, ich habe noch ein Bonus-Feld. Was? Jawohl, auf 24 jetzt. Ampel-Rennen, ach, ne. Was? Das ist immer, ach. Ach so, Ampel-Rennen. Ja, das ist immer so, ich weiß nicht. Ich kann das schlecht abschätzen. Ja, ich kann das auch richtig schlecht abschätzen. Ich stoppe immer viel zu früh und die anderen können noch viel weiter rennen. Ja, 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 kenne ich, kenne ich. Aber ich versuche jetzt einen richtig krassen Start hinzulegen einfach. Okay, der war echt gut, glaube ich. Okay, ich wäre fast wieder rausgeflogen. Ich habe da immer richtig Schiss. Weil wenn man einmal zurückgeportet wird, hat man halt keine Chance mehr. Das war knapp. Das läuft gut. Oh Gott, ich bin etwas zu früh losgelaufen in meiner Welt, aber okay. Oh Gott, war das eng. Oh ja, genau wie auf Schild. Das war doch von mir. Ja, jetzt muss ich ja richtig den gammeligen Sprung machen bei dieser Bodenwelle. Es ist so knapp mit dem ersten. Ich laufe in dem. Ja, ich sehe dich. Ich bin dritter. Komm schon. Hä? Ich bin durchs Spiel. Nein! Oh nein, es lag bei mir. Ich war vor dem Ziel und renne einfach bei Rot weiter. Nein, es lag bei mir. Hä? Wie viel da wurde ich? Nein! Ja, genau! Ey, es ist so ein Witz. Bei mir war so ein Monsterlag. Ich war vor dem Ziel mit dem anderen. Oh Gott. Ich war hinter dir. Ich war... Oh Gott. Dann... Fuck, ist es bei mir. Und ich renne bei Rot einfach weiter. Oh, das war richtig mies. Oh, ich könnte heulen. Also Treppchen wäre sicher gewesen ohne den Lag, ey. Ohne Witz. Ja, bei mir auch. Können sie alle sehen. Das Spiel ging einfach gut. Und jetzt rücke ich nach hinten, weil ich ver... Oh Gott. Alter, wie die Typen alle auf Nischel rum. Ich habe schon wieder ein Bonus-Fail, Alter. Dann wird die drei wieder wettgemacht. Okay. Noch neun... Ist doch vielleicht neun zu neun... Wulblock. Ah, okay. Ja, ich bin zehn Felder von dir entfernt, Mann. Wulblock ist aber doch eine coole Sache. Okay. Okay. In der Aufnahme zuvor ging das ja ziemlich ab. Und das lag gerade bei mir. Das finde ich geil. Ja, bei mir lagts auch ein bisschen. Eins von acht halt. Lila, ich sag Lila, komm. Oder auch nicht. Das war schon eng. Jetzt musstest du dich bewegen. Krass. Kennst du gar nicht mehr. Okay, einer ist schon raus. Ich wette, gleich kommt so ein... So ein langes hier mit so Streifen. Und ich flieg raus, weil der in unmöglicher Reichweite ist. Okay, ging auch noch fit. Jetzt kommen gerade meine Geschwister hoch. Im Zweifelsfall nute ich mich kurz. Oh Gott. Das war schon ein bisschen hier knapper. Okay. Gelb, gelb, gelb. Nein, 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 nicht zu weit rennen. Ey, ich wäre fast schon wieder zu weit gesprungen. Weil ich sprint immer direkt los. Und spring dann gerne mal zu weit. Wenn so einzelne Blöcke sind. Okay. Okay, das geht alles noch klar. Nein, aber gar kein Grün mehr. Shit. Oh, Alter, ich stehe gerade richtig gut immer. Ich muss nur einen Block laufen. Eben stand ich da noch auf Grün, dann ist der Grün mehr weggelegen. Es sind noch vier Leute. Jetzt einfach nicht mehr. Failen. Ja, einer ist raus. Ah, shit. Alter, okay, die Fliege raus. Nein, der eine hat es geschafft. Ich glaube... Ja, okay. Hi. Na, wie geht's? Ja, erster, weil ich leider nicht länger in der Luft war. Das ist doch ein Lacker. Ja, danke. Ich habe am Ende auch gar nicht mehr versucht, so richtig irgendwo raufzukommen, sondern habe einfach nur den weitesten Sprung gemacht. Der gegen Wigi. Mit fünf. Mit vier, okay. 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 Und eine sechs. Nice. Komm schon, komm schon. Ich will nur gewinnen, ey. Ich will nur gewinnen, obwohl du gewinnst, wahrscheinlich wieder. Ja, aber es geht hier ja um den Spaß. Ich muss kaprieren. Ja, dann ist klar. Ich meine, der Pieper hier, der schreibt auch in den Chat. Ja, eine Eins. Ich freue mich. So gehört sich das. Ich bin zwölf Felder vorne, Alter. Richtig gut. Ich bin wenigstens fünfter. One in the Chamber, cool. Ah, da freue ich mich drauf. Oh, das ist gar nicht sogar. Auch wenn man hier manchmal so weit auseinander spawnt, dass man erstmal zu den Gegner laufen muss. Das nervt ein bisschen. Ich will dich töten. Nur mich? Oder auch so andere Leute? Nee, nee. Du schon hast... Ja, okay. Ich wurde direkt getroffen, ey. Und jetzt sehe ich niemanden. Ah, ja. Okay, der hat verka... Ja, nice. Ich will den Kill, du fast... Äh, habe ich nicht gesagt. Nein! Ich bin tot. Die ist ausgerechnet dann losgelaufen. Komm schon, den... Abgestaubt? Nice. Ich habe noch keinen Kill, Alter. Das ist ein bisschen bitter. Oh, oh. Vor allem, wenn ich hier den Bogen immer voll aufspann und es einfach absolut nichts bringt. Oh, ich habe gar... Das ist immer so unnötig. Alter, was haut der denn für eine Combo raus? Was war das denn? Okay, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen am verkacken. Oh, noch bekommen. Jetzt sehe ich wieder niemanden. Nein. Ja, ein bisschen mehr aufspannen sollte ich schon. Und es lag bei mir wieder des Todes. Nee. Ah, es ist nervig. Ich muss jetzt warten, bis ich sterbe. Noch bekommen, Alter. Ich habe seit zwei Kills nur ein Herz. Okay, es lag so heftig bei mir. Ich glaube, hoffentlich kriege ich keinen Disconnect. Okay, ich bin zweimal direkt nacheinander gestorben. Der Bus. Alter. Ich kann momentan richtig gut Wettbogen fließen. Ja, ich bin richtig am verkacken gerade. Okay, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh, komm schon. Jawohl, ich bin nur eins hinter dem ersten. Was machen die denn? What? Es lag. Ja, bei mir auch wieder. Verliebt. Oder? Nee, die lag gar nicht. Die stand einfach nur da. Oh, und sie hatte noch einen Pfeil. Hexer. Gott, war das eng. Komm. Ich bin sogar ein Dritter, Alter. Bitte. Nein. Du musst ihn halten, Mann. Komm schon, erster, erster, erster. Der wird ausgelost. Nee, okay, ich nicht, aber es ist okay. Ich bin Dritter. Nice. Also habe ich auch so ein Extra-Würfel noch, ne? Hä? Du bist nicht Dritter. Was? Mr. MC Terror-Man ist Dritter. Wenn gleich viel ist, wird ausgelost, glaube ich. Das ist ja voll gemein, Mann. Ich war richtig gut. Ich habe so viele Longshots gemacht, Alter. Ich habe extra Bow-Aim trainiert hierfür, ja? Diese Aufnahme. Ich habe überhaupt keinen geschalten gemacht. Ich habe immer nur aus der Nähe. Okay, ich durfte nicht würfeln, habe aber eine 5 gemacht. Nice. Eine 6. Wenn ich jetzt auf ein Bonus-Feld land, könnte ich es schon schaffen. Aber das wäre zu viel Glück. Nee. Wow, du bist 19 Felder von mir Deck und ein Dritter. Nice. Easy. Och, ne, Doodle Jump. Also, wenn ich jetzt wieder nicht springen kann, das wäre halt ein bisschen lame. Ja, ich hasse du, Doodle Jump. Ich mochte das ja auch. Also, generell, ich finde es okay, wenn man springen kann. Aber das geht halt einfach nicht. Ja, ich komme immer gegen die Decke von anderen Blöcken. Okay. Noch funktioniert es. Ganz unten wieder. Nice. Oh Gott. Liegt es so? Alter, ich habe hier gerade eine richtig... Ja, ich habe eine richtig doofe Plattform erwischt. Was nicht gescheit weiterging. Ey, komm, das ist Betrug. Ich knall immer gegen die Decke von den anderen Plattformen. Was ist das? Oh, sag mir nicht... Ja, ich muss hier rüber. Das ist ja richtig nervig. Oh, oh. Jo, er hat das schon geschafft. Nein, jetzt hat es gelaggt und ich bin wieder ganz unten. Danke. Danke. Das fände ich nett, wenn die Leute hier schnell beenden. Ja, fände ich auch gut. Ich will das nicht länger ertragen. Ich springe die ganze Zeit gegen die Decke von irgendwas anderem. Und ich denke, ich bin weit und... Oh, Mann! Da könnte ich echt Rage-Quizze. Nein! Okay, ich bin ganz unten wieder, ey. Ja, bin ich auch. Ich mag das Spiel echt. Jetzt schafft es doch endlich. Aber ich kann immerhin einigermaßen springen diesmal. Also, hätte ich das gewusst, hätte ich mich auch ein bisschen mehr angeschränkt, natürlich. Ich hätte das besser machen müssen für Anfänger. Okay, jetzt geht es gerade bei mir wieder nicht. Hallo? Zum Heulen, yeah, yeah. Oh Gott! Achtung! Haben sie eine Epilepsie-Erkrankung, bitte wegschalten. Ach du meine Güte, ey. Das war gerade richtig schlimm am Ende. Okay, aber ich glaube, die... Eine hohe Zahl, ja. Wie viele habe ich noch gebraucht? Ich glaube, drei. Schaffe ich hoffentlich. Eine Fünf! Eine Zwei! Ich habe nur Fünf und Sechsen. Nein! Nein, Mann! Aufholen, aufholen, aufholen. Eine Zwei. Ey, das war das Einzige, was ich nicht hätte würfeln dürfen, glaube ich. Zusammen mit der Eins halt, aber... Junge, nur hohe Zahlen, Alter. Krass. Was hast du denn in Gesamt? Fünf und Sechs, warte, ich kann es dir nicht sagen. Mein Feld ist 35, ja. Was? Poserfeld! Vier Felder zurück! Mein Java ist abgekackt, was ist das? Alter, hier sind gerade richtig viele rausgeflogen. Es sind nur noch viele Leute. Hä? What the fuck? Oh, Mann, schade. Ich hätte gewinnen müssen. Das wäre ein Sieg gewesen. Hä? Oh Gott, das ist lecker. Ja gut, ich spiele den Spaß hier noch zu Ende. Hoffentlich. Wenn es bei mir nicht auch noch kommt. Ey, ein Feld bis zum Ziel brauche ich noch. Wenn mich jetzt... Also, ich hätte gerade noch ein Feld bis zum Ziel gebraucht. Jetzt kam ich auf ein Bowserfeld mit Minus Vier. Und wenn ich jetzt noch verliere, das wäre echt ein bisschen arg-assi. Ich war zwischendurch ja 13 oder so Felder oder so vorne. Mhm. Oh, das ist so ärgerlich. Warum kackt das denn auf einmal ab? Bei mir ist gerade dieses Hühnerschießen. Aber das ist ganz chillig, weil hier nicht ganz so viele Leute sind. Wie viele Felder fehlen dir noch? Jetzt fehlen mir noch fünf, glaube ich. Okay, gut, dann muss ich mir hier allzu lange warten. Nee. Ich bin Zweiter theoretisch, aber ich kann gerade nicht schießen, weil es laggt. Ich wäre, glaube ich, echt aufs Podest wenigstens gekommen, ja. Ich war eben Dritter. Ach, komm schon. Nee, ich kriege jetzt auch noch einen Disconnect. Nee, okay. Das wäre echt scheiße. Oh, aber ich... Ja, es hat so lange gelaggt, dass ich auf zwei noch gelandet bin. Aber Punkt gleich mit dem Dritten. Das war ein bisschen eng. Hui. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wer so hinter mir ist jetzt. Ich hoffe nicht, dieser Nisjel und nicht... Der war der erste. Taliga. Und ich werde nicht in die Lobby geportet. Ja, jetzt nicht. Okay, eine 3 gewürfelt, ohne was zu tun. Und... Komm schon, bitte eine 2.5 oder so. Und? Flying is not enabled on the server. Verbindung verbrochen. Geil! Danke! Direkt vom Ziel. Ihr hättet mich doch wenigstens auch fertig spielen lassen können. Ohne WC. Ja, gut. Tschüss. Tolles Ende. Mann.